Und ich sage Hallo und ein ganz ganz herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Part The Wolf Among Us. Ja, am letzten Tag waren wir beim Butcher, beim Metzger und haben da herausgefunden, dass die mit magischen Gegenständen handeln und Crane wusste davon wohl. Okay, und am jeden Fall sind wir jetzt hier ins Lucky Pawn, weil Crane hier eventuell versteckt ist. Wir brauchen nämlich noch immer die Spiegelscherbe nach Möglichkeit oder irgendwas. Ähm ja, ich gehe da jetzt mal rein. Mehr kann ich ja doch nicht tun. Ey, sag mal! Ganz getrillt, bei mir. Ah, Woody, beruhig dich. Ja, 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 ja. Ich, ähm, äh, Gott, jetzt reiß es aber hier. So. Sag mich immer Dogg zu mir, du kannst mich leiden hier. Was ist dein Problem, ey? Aua! Sag mal, wer bist denn du eigentlich? Aua! Ohohohohohoho, ich lass ihn mal. Oh, ja, wer ist denn das eigentlich? Jetzt zeig ich mal her hier. Oh! Huh, der sieht aber nicht sympathisch aus. Oh, 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 oh. Ah, ja. Oh, mein Gott, Schlägerei hier wieder. Komm her. Aua! Oh, wir müssen uns beherrschen können. Ach, halt die Fresse, ey, du Arsch. Das war noch nicht so schwer. Ich kann mir nicht noch eine Schlägerei erlauben, ne? Da ist die Axt übrigens, wo die... Ach so, hoch. Jawohl. Oh Gott, oh Gott, wir sind ja brutal, ne? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah, scheiße. Falsche Tastatur. Ah. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss erst mal gucken, wenn du die Hände da nicht auf der Tastatur hast, ne, dann hast du echt ne Problematik hier. Au, das tut doch weh. Das tut doch weh. Au, das tut auch weh. Oh, oh, Gott. Oh, Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ähm, ah. Ah. Nicht nett. Gar nicht nett. Okay, okay. Rudi, kannst du mir vielleicht mal helfen? Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ah, Mann, ey. Oh, 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 oh. Okay. Und zack. Jawohl. Mann, Mann, Mann. So viel Action. Im Lucky Pawn. So. Aber wir sind nicht zum Wolf geworden. Ich bin ganz stolz auf uns. Ja, tu, was du nicht lassen kannst. Mir alles scheißegal mittlerweile. Ich will eigentlich nur... Okay. Okay. Alter, was? Naja, ich hab dich aber, ne? Ist das denn nichts? Ja, das werden wir noch sehen. Ja, das werden wir noch sehen. Ja, wir werden sehen. Ah, zeig mir Crane's stuff. Wo ist Crane jetzt? Ähm, wo... Zeig her. Ja. Okay. Dann gucken wir doch einfach mal. Ich mein... Ich mein... Oh, da wird die... Oh Gott. Okay, jetzt gucken wir mal rein. Vielleicht hat er die Scherben da drin. Oh, haufenweise. Ähm, ja, das nehmen wir auch mit. So. Vielleicht können wir das ja nochmal brauchen. Wir sind ja immer pleite. Nächste. Ja, reg dich nicht auf. So ist es halt. Letzte Tasche. Jawohl. Jawohl. Okay. Gott sei Dank. Jetzt auf zum... zum Büro. Ja, wahrscheinlich nicht. Ah. Ja, das, ähm... Wem stopfen wir das Maul jetzt noch? Jetzt reicht's, ey. Also, irgendwo ist auch mal Schluss. Mann, Mann, Mann. Gott, was bin ich heute aggressiv? Wahr, aber ist doch wahr. Ich geb ihm mal eine hier, ne? Oh Gott, wie geil, wenn hier so einer durch New York läuft, ist es aber auch... Also, ich mein, in New York fällt man nicht so schnell auf, aber selbst das würde auffallen, ne? Also... Hm. Ich bin nicht zufrieden, ich hatte Probleme zu entscheiden, welcher von euch zu spüren mit dieser Sache. Jersey war falsch, du kennst. Was? 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 Ja. Was? 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 Ja, die Taxifahrer wundern sich aber wahrscheinlich auch nicht, ne? Ähm, was, was machst du als nächstes? Hey, Woody. Ja? Was are you going to do now? We all got our roles to play, Wolf. I'll see ya. Okay, na, der hat auf alle Fälle irgendwas vor. Der wird ja auch nicht ohne Grund unbedingt seine Axt, ähm, haben wollen. Ich vermute, der hat da auf alle Fälle was vor. Ich, ähm, wir werden es wahrscheinlich früher oder später erfahren, was da so seine Pläne sind. Jetzt bin ich erstmal gespannt wegen dem Spiegel, das interessiert mich jetzt erstmal. Ach man, ist das alles spannend. Ja, Fable Town Business Office, uh, Woodland Building. Ah, hör auf darum zu nerven, sonst baller ich dir auch noch weg. Ich bin heute eher in Geberlaune. Ach, dort ist auch da. Bigby, wo hast du been? Ich bin nicht fertig, Frau White. Du musst warten. Nur ein Moment, bitte. Schau mal, was ich gefunden habe. Fuck, Fifa, wirst du Mal bei dir Minster? Ja, ich glaube immer ganz schön. Mhm, mhm. Oh, ja. No, it's fine. You did excellent work, Bigby. Sheriff, I could use your assistance. Would you join me at the mirror? Ja, natürlich, Buffcon. Was los? Ah, ey. Haha. Got me. Well, where did you find it? What has it gone through since being separated from the rest? Shattering is a very traumatic experience. Ah, some lucky pawn. So this process can be a little touchy. It had a front row seat to a pretty gnarly brawl at the lucky pawn. When I found it, it was still in Crane's coat. The last person I saw with Crane or his coat was that psycho Bloody Mary. Maybe she had some. Ah, yes. Miss White was asking about her. That explains it. You know who and the mirror have a very unhappy history with each other. How would you like it if she tried to use you as a doorway? I think I already know the feeling. Well, I think I know how to proceed now. It will just take a little extra kooksy. That's all. Thank you for your help. Okay. It could be a while, Sheriff. I'll find you when it's ready. Alles klar. He might not want to come out with you watching. Oh, he doesn't like being spied on. Hehehehe. Hehehehe. Is it fixed? Bloody Mary da. Uh. Uh. Bufkin's still working on it. He said it might be a while. If you're so self-reliant, what do you want from the business office so bad? What I want is my business. I can't take those two right now. We're trying to catch a murderer and they're... They're over there bickering about bureaucracy. We're at war. Don't they realize that? You need some help over there? Yeah. Thanks. Go talk to Toad. But just so you know, we can't pay him. He really needs to go to the farm, you know. So, just break the news and be done with it, okay? Okay. Toad, come here. I see how it is. Passed off to an underling, eh? Why am I not surprised? Well, you did cause what damage brings me in here, so maybe it's for the best. Just need a little bit of dosh to cover it. I tried talking to her about it, but it's like chatting up a brick wall, it is. Now, I'm sure you've got your own agenda, sir. Where's the glamour? I'm starting to think you don't take me seriously, Toad. How many times have I told you to get glamoured up? You know that if you're out of glamour, I gotta send you to the farm. Well, how about your friend, the pig? Is he going to the farm too? Yeah. He's what we didn't know about him, eh? Wouldn't you know it? Colin is going to the farm. Well, I would say each case deserves to be decided on its own merits, don't you think? If you give me one more chance and hear me out, I'll see a way for me and my boy to stay. I'm not going to ask for any more than I need. I just want to stay. So what do you say? You just give me enough to cover me glamours and we'll call the rest of Walsh. Please, Sheriff, don't take TJ from the only army knows. This our glamour rule is oppressive. I've done nothing wrong but look different. No, it's not right. Ach, ich weiß auch nicht, was soll ich denn da sagen? Ah, du gehst zur Farm. Fertig. Tja. Ach, scheiße, na. Aber du kannst auch nicht, was wenn du einem dann da hilfst, dann kommen sie alle an. Und die haben alle keine Kohle anscheinend. I've just made my donation funding this office. So direct your questions to Miss White. Well, at least he's not trying to get rid of me. He's not. For now. Did you take care of Toad? I mean, I saw the way he left. I know it may not seem that important right now. But glamours are the law for a very good reason. You know that as well as him. Yeah, he will go to the farm tomorrow. He will be gone tomorrow. Him and TJ. It may not have felt good. But it was the right thing to do. You know that. I know I should be asking how it got like this. But I just keep wondering why it happened to Faith and Lily. You've seen his world. Do you have any idea why he'd want them dead? I don't know if the crooked man killed them with his own hand. Or if it was one of his ghouls. Ah. Das geht nur um Macht. What would make a person do that? Ich weiß es nicht genau. Ich find's aber raus. When I catch the fucker who did this, I'll find out why. Sheriff! Miss White! I believe the mirror is repaired. Ja. Sehr, sehr gut. I have to say I have been better. But thanks for putting me back together. Ah. I'm sorry. I just, I have to know. Mirror, mirror. We're glad you weren't slain. Now please show us that sick creep crane. He's probably still waking up a little. Yeah. I want to see where he's ended up too. You will get on that plane to Paris and you will wait for the day the crooked man needs you. Until then, not a peep. Otherwise, I get to deal with you my way. So please. Please. Disobey. Wait a minute. Someone's watching. Ah, das ist natürlich auch clever mit Bloody Mary. Das, ähm, zu ACH. We pointed you in the wrong direction and looked at Bloody Marys reflection. Oh, her. That explains the sting. I'd rather not had to feel the pain. She brings. So, let's not do that again. Okay? Ja, ich kann's nicht versprechen. We'll have to track him down later. Okay. We need to focus on the immediate threat. And that's the crooked man. Bigby, we don't have a lot of time. Are you having trouble with the rhyme, Sheriff? Ja, wir machen da aber im nächsten Part tatsächlich erst weiter und gucken mal, dass wir den Crocket Man finden und einen passenden Reim finden. Ich finde die Idee, da Bloody Mary reinzubringen, weil das da mit dem Spiegel nicht funktioniert, ist ja so gigantisch, ne? Also das flasht mich gerade wirklich total, weil es einfach eine sehr geniale Idee ist. Ich hoffe, ihr hattet auch wieder Spaß beim Zuschauen. Wir haben ja ein bisschen was rausgefunden jetzt und jetzt gucken wir mal, ob wir noch den Crocket Man irgendwie finden. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder mit dabei, wenn es wieder heißt. Sowohl für Magenast und bis dahin. Ciao, ciao!